So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Endling, Extinction is Forever. Ein Adventure Game, in dem ihr eine Füchsin spielt, die sich um ihre Jungen sorgen und kümmern muss. Klingt jetzt erstmal mäßig, ist auch eher ein chilliges Game, aber vor allem auch ein sehr atmosphärisches und es gibt einen Clou. Bevor ich zu dem aber komme, dieses Video ist ein Werbevideo. Das heißt, solltet ihr Bock haben auf Endling und im Zuge des Videos jetzt sagen, ja, das gefällt mir, das passt zu mir, schaut gerne in die Videobeschreibung. Und auch generell, das Spiel hat eine kostenlose Demo, die spielbar ist, zumindest auf Steam, da könnt ihr gerne nachschauen. Das würde ich eh allen empfehlen, die überlegen, sich das Spiel zu kaufen. So, jetzt kommt aber der Clou. Der Clou ist, dieses Spiel macht Dinge wie Wildnis, Natur und Klima sich zum Thema. Das bedeutet, wir ziehen beispielsweise durch Level und jedes Level hat ein Thema, welches ein menschengemachtes Problem beinhaltet. Beispielsweise das Thema Waldbrand, Waldbrände, ja. Und so hat das Spiel einen sehr, auch wenn es jetzt erstmal sehr lieblich oder chill oder cozy wirkt, auch einen sehr ernsten und erwachsenen Charakter. Ihr werdet gleich merken, was ich meine. Ich starte mal. Das allerdings coolste an dem Spiel ist, dass es eine spezielle Edition hat, nämlich die Save Our Planet Edition. Das beinhaltet das Spiel und den Soundtrack, der übrigens sehr gut ist. Und wenn ihr die kauft, und da muss ich einmal zitieren, dass ich das auch ja alles richtig sage. Wenn ihr die kauft, wird der Publisher HandyGames einen Baum pflanzen über OneTreePlanet, kennt ihr vielleicht schon. Ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die weltweite Wiederaufforstung einsetzt, um halt Wälder wiederherzustellen und Lebensräume für die Artenvielfalt neu zu schaffen. Das heißt, das Spiel hat ein ernstes Thema, überfordert, glaube ich, allerdings die wenigsten von euch. Es gibt später ein paar, also Rätsel sind eher so ein Ding und... Ja, ich will nicht zu viel sagen. Vielleicht ist nur mein Ersteindruck, vielleicht stimmt das sogar gar nicht. Aber es macht auf mich, wie gesagt, so einen Indie-Adventure-Eindruck, indem ihr einfach von A nach B kommt. Ab und zu habt ihr halt Hindernisse, Rätsel und so weiter. Wir werden auch Menschen treffen, die auch nicht unbedingt positiv auf uns reagieren. Aber Menschen werden jetzt nicht hier einfach nur als böse Punkt abgestempelt, sondern man merkt wohl auch im Laufe des Spiels, dass Menschen zwar auch Dinge hier tun, die hinderlich sind für einen oder einen gar an dem Fels wollen, aber auch oftmals nur, so jetzt kommen wir hier nicht weiter, aber auch oftmals einfach, weil sie vielleicht auch selber keine andere Wahl haben und selber in der Scheiße stecken. Hier können wir hoch. Und aktuell befinden wir uns hier im Prolog, den habe ich schon angespielt. Man bekommt ein bisschen so die Steuerung erklärt. Ihr seht es parallel. Man muss sich halt so, ja, seinen Pfad durch die Level wagen. Allerdings, wie gesagt, ist es wirklich nur der Prolog, wo wir einmal durchheizen. Aber ihr merkt es schon, es ist sehr, sehr atmosphärisch. Hat einen wirklich guten Soundtrack. Der Stil des Spiels, grafisch, ist Bombe, meiner Meinung nach. Ähm, ist schon sehr interessant. Da weiß ich jetzt nicht... War das jetzt so ein Time-Finish-Ding, was ich jetzt verschissen habe, weshalb ein Hirsch draufgegangen ist? Dit wehs ich jetzt nicht. Aber wir halten mal A gedrückt und kommen aus dem Müll. So. Sitze ich gut, ja, top. Ja, also, es hat auch traurige Phasen. Es hat aber auch liebevolle Phasen. Und jetzt erstmal müssen wir uns hier durch eine Welt kämpfen. Die, die nicht ganz einfach ist, vielleicht, für den einen oder anderen Fuchs oder die eine oder andere Füchsin. Rumpeln uns jetzt mal vor. Ähm, ja, ansonsten das erstmal so als Intro. Ich glaube... War das hier lang? Ja. Ähm, ich meinte auch schon eingangs, man kümmert sich um seine Welpen. Euch ist vielleicht aufgefallen, die sind gerade nicht da. Komm gleich. Wie gesagt, das Prolog. Erstmal ein bisschen die Atmosphäre des Spiels verstehen. Und wie gesagt, die Steuerung. Bei diesen... Speziellen Abschnitten kann man immer klettern. Wird nicht immer angezeigt. Ähm, also, ich mein, ich kann ja nicht mich frei bewegen, ne? Ich kann nur rechts oder links. Ähm, aber manchmal gibt's halt diese Abschnitte, wo man dann... Ah, da ist schon jemand. Und ne Drohne. So, und hier können wir jetzt in ne Höhle. Mal gucken, äh, was und wer da wartet. Mhm. Ja, wir machen jetzt hier... ...ne kleine Session. Holt euch ein Getränk. Entspannt. Und wir sind krass. Im Ass. Und wir weinen, Alter. Holy shit, uns geht's echt richtig kaputt. Aber wir pressen jetzt mal. Oh, es vibriert sogar. Pressen. Er ist quasi Kreißsaal gerade. Fertig. Transition. Ist das süß. Ach Gottchen, ne? Oh, ist das süß. Hm. Schön. So. Äh, aha. Jetzt können wir die anscheinend... ...design. Ich mach die mal möglichst unterschiedlich, dass mir die auseinander... ...hält, oder? So. Gut. Okay. So, bis hierhin. Erstmal der Prolog. Mehr weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Ich glaube, das Spiel hat, äh, Potenzial. Ich bin doch ganz ehrlich, ne? Also, so jetzt so Adventure, Indie. Das ist jetzt nicht so mein Favorite-Genre. Ich mein, ich bin ja offen für echt vielen. Das ist ja auch sehr coole hier an diesem Kanal, finde ich. Also auch für mich. Dass wir wirklich sehr abwechslungsreich hier Spiele spielen. Und ich euch zeigen kann. Und ihr das cool findet. Ähm. Dementsprechend absolut cool. Aber... Es ist jetzt, wie gesagt, nicht mein Favorite-Genre. Aber unter dem Aspekt werde ich das jetzt auch gar nicht anschauen oder anspielen. Sondern einfach... Also unter dem Aspekt, was ist mein Favorite-Genre. Sondern einfach... Wie ist das als Adventure-Game? Und jedes Game macht Bock. Also sogar Boss, Hunter. Nee, wie hieß das bei dreischäbigen Spielen? Gut. Okay. Ich glaube, wir stehen jetzt erstmal auf. Ihr habt schon gesehen. Da war, glaube ich, gerade ein Overlay. Du kannst Fische und Mäuse nur an bestimmten Stellen fangen. Mhm. Ja, da ist jetzt ein Overlay. Das sind wahrscheinlich die vier Welpen. Nacht 1. Juhu! Dankeschön. Jetzt ist die Frage, ist das unsere Lebensleiste? Aber wir sind doch wieder recht fit, oder? Wir sind wieder... Guck mal, wir können sogar rennen. Oder ist das so, die... Ah, wir müssen uns verstecken auch mal. Okay. Oder ist es so, die Lebensleiste von allen in Summe? Je ne sais pas. Okay. Guck mal, hier kann man hoch... Oh. Drücke und halte LB, um Beute aufzuspüren. Wir müssen Nahrung suchen für unsere Kinder, ja? Oh. Da ist was. Drücke und halte RB, um dich an Beute anzuschleichen. Muss ich das durchgehen machen, oder? Jetzt? Und jetzt? Ah. Tod. Ja, ich... Ich bin jetzt schon investet. Ich habe immer ein Problem damit, wenn Tiere sich töten. Irgendwie... Witzigerweise so in Videospielen, Filmen... Also, ja, ich... Also generell, Tierleid ist, glaube ich, mein größter Triggerpunkt. Vermutlich. Mit Rassismus. Ja, wobei... Ja, wobei... Nee, also ich glaube, wirklich Tierleid ist so mein größter Triggerpunkt. Ich habe natürlich auch noch andere, aber das ist schon der, wo ich am meisten triggered bin. Ähm... Aber, und ich glaube, dicht danach kommt Rassismus, Sexismus, äh, Homophobie und so weiter. Ähm... Aber ja, immer... Also, in Videospielen, Filmen, aber auch in echt. Klar, wenn Menschen, Tieren was antun, bin ich richtig Triggered. Aber irgendwie, was auf eine andere Art mich immer voll traurig macht, ist, wenn die sich... Gerade so in der Wildnis, zum Überleben ja auch, und, ne? Sich untereinander richtig krass wegmachen. Und da so ein Fuchs so eine Maus aufreißt, das finde ich immer so übel. Irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? So. Jetzt gehen wir mal hier lang. Was sollen wir jetzt machen? Die Lebensleiste gehen jetzt ein bisschen hoch, ne? Müssen wir das jetzt einfach ein paar Mal machen? Oh! Ich höre wieder was. Hier ist Water. Erstmal schön unter Wasser. Ah, ein Fisch ist das. Zack! Aber ich höre immer noch was. Okay, und wieder Abfahrt, oder? Nice. Ja, und in Bezug auf Klima, habe ich halt wirklich mittlerweile den übelsten Weltschmerz einfach nur. Aber man muss halt echt gucken, dass man da... Ja, also nicht aufgibt, so, ne? Weil es ist einfach furchtbar, mit zu... Also sich damit zu beschäftigen. So. Oh, jetzt passiert was. Also wir waren noch nicht voll mit der Lebensleiste. Dann pennen wir mal weiter. Ah, ne. Bleib mal liegen. Hm, nein. Geh mal... Geh mal zurück, bitte. Eieiei, war ja klar, dass was passiert. Das ging jetzt viel zu gut. Das lief jetzt viel zu gut. Scheiße. Ja, scheiße. Retten wir jetzt, oder? Retten wir. Spuren bleiben nicht ewig erhalten. Oh. Okay, geht jetzt auf Zeit, oder? Hier, hier ist direkt eine Spur. Drücke und halte LB, um deinen verlorenen Welpen aufzuspüren. Eieiei. Oh, ist aber auch cool gemacht, so, ne? Okay, links sehen wir jetzt. Ein Welpe ist lila. Das steht dann wahrscheinlich für verloren gegangen, oder so. Das sind jetzt drei Punkte. Okay. Und die füllen sich, wenn wir quasi so einen Streckenabschnitt haben. Quasi. Ja, doch. Hier runter. Und hier ist jetzt noch was. Was ist das? Ist das... Sieht aus wie eine Batterie, oder so? Ja, aber das ist nicht der Käfig. Was ist das? Die Spur endet hier. Finde Nahrung für dein... für deine andere Welpen. Wir geben auf? Oh shit. Komm, das ist auch total traurig. Oh, jetzt nicht mehr. Oh. Ah, Fisch wieder, ja? Zack. Und Abfahrt. Die Menschen haben hier alle... ne Maske auf, ne? Schutzmaske. Ich glaube, dass... Na, heißt auch Endling, das Game? Ist schon auch sehr postapokalyptisch, denke ich. das ganze Setting. Und rein damit. Ja, dann sind wir full live, oder? Wird uns sogar angezeigt. Ne, wir sind nicht ganz full live. Okay. Hm. Na gut. Okay, und so... vergehen dann die Tage. Gut. So, das heißt, drei haben wir noch. Cool. Was'n Scheiß. Ja, vielleicht finden wir das wieder. Oh. Oh. Süß. Aber es heißt, es ist jetzt Zeit vergangen. Ja, dann ist das vierte doch gone, oder? Das ist doch voll scheiße. Ne, aber es hat bestimmt noch so einen Moment im Spiel, wo man das dann wiederfindet, oder? Das wär sonst schwierig. Deine Welpen brauchen Zeit oder Zuneigung, um sich von schrecklichen Situationen zu erholen. Okay, vierte wird aber immer noch angezeigt. So, was soll ich denn jetzt machen? Drücke, um deinen Welpen zu kuscheln. Ja, Welpe kuschelt eher mit mir, ne? Okay, soll ich das mit allen einmal machen, oder? Süß, ne? Hä, warum nur er? Oder sie? Was ist mit den anderen? Da, jetzt. Ja. Gut. Jetzt braune noch. Wer weiß, kriegt nicht, kriegt nicht hier noch. Muss ich das mit allen jetzt einmal machen, oder? Jetzt, sehr gut. Okay. Und jetzt wieder rein. Was soll ich machen? Ich hab ja so einen Button, ich sitz da drüber. Für die Map. Äh, Dachs. Da ist ein Dachs. Okay, aber was ist mein Ziel jetzt gerade? Ja, gehen wir mal. Oh. Okay, die kommen nicht hinterher. Dann gehen wir mal. Erkunden. I guess. Oder? Muss ich jetzt für die Jagen weiterhin, oder? Nacht 4, ja. Also, ich glaub, dieses ganze Thema, äh, dieses ganze Level hat ja Thema Waldbrand, I guess. Wobei, das eigentlich eher nur der Prolog war, ne? Da ginge es hoch. Gehen wir hier weiter. Ich glaube, es ist so, man muss versuchen, durchs Level zu kommen, mit den Welpen. Und dafür prepared man sich immer, indem man die hochfeedet und man, weil die Gesundheit geht die ganze Zeit runter. Und, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht ganz schaffen und uns zurückziehen müssen, dann muss ich erstmal wieder auftanken, you know? Wait, das ist ein, das ist Müll. Achso, Spam. Udeln. Drücke X und eine Beute fangen. Ah, die fressen das. Oh, guck mal, jetzt geht's auch, äh, wieder hoch. Sehr gut. Okay. Okay, geht nochmal. Ja, fress das auch. Fress den Müll. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder full live. Ja, ich glaube, es ist wirklich so. Man, man, es war eben so die Preparation-Phase. Und jetzt muss man halt gucken, wie man durchkommt. Guck mal, jetzt sind wir auch irgendwie gebufft, weil wir full live sind. Also, es blinkt jetzt so. Es pulsiert bläulich umrandet. Hier kann man nicht weiter. Ne, ist verschlossen. Okay. Dann haben wir das hervor, ergründet. Guck mal, das würde ich nicht hinterher, ne? Na gut. Also, man muss die quasi durch organisieren. Ja. So, jetzt ist lebenstechnisch wieder, geht wieder runter. Dann gehe ich jetzt mal nördlich. Und guck mal, was da geht. Komm mal mit. Hier könnten wir uns... Ist schon süß, ne? Hier könnten wir uns verstecken. Da sind Überwachungskameras. In der Wildnis? Crazy. Oh, da ist ne Falle. Ach du Scheiße. Aber die Kleen kommen doch niemals drüber. Hier. Die Nacht geht zu Ende. Kehren deinen sicheren Unterschlupf zurück. Ah, okay. Fress. Ach, bevor es Tag wird, müssen wir in Unterschlupf zurück. Okay, I see. Äh, hops. Und unten geht die... Das heißt, wir haben immer nur nachts die Möglichkeit, durch das Level zu kommen. Das Game kann man übel speedrunnen, oder? Und wenn Tag wird, haben wir wahrscheinlich Schwierigkeiten, weil dann hier Menschen rumlaufen. Und Drohnen und was weiß ich. War ja ne Drohne vorhin, ne? Okay, schaffen wir aber easy. Verstehe. Also, es ist die ganze Zeit Nacht. Okay. Ist ja schon sehr hell für ne Nacht, ne? Wobei, jetzt wird's ja auch gerade Tag. Aber so generell. Okay. Wo gehen wir denn morgen lang? Ja, da oben ist ja auch... Okay, dann müssen wir da unten zum Dachs. Na gut. Das heißt, tagsüber pennen die immer. Verstehe. Ja klar, Füchse. Bei uns laufen auch immer Füchse rum. Hä? Ich kann die leveln? Oder wie? Das ist ja geil. Ähm. Ich kann leider nicht navigieren. Ich glaube, sie haben jetzt einfach springen gelernt, weil sie langsam wachsen. Das heißt, es geht auch schneller voran, wenn ich... Man muss nicht so viel auf die warten, wahrscheinlich. Deine Welpen werden an bestimmten Orten neue Fähigkeiten erlernen. Hilf ihnen, diese wichtigen Erfahrungen zu machen. Okay. Jo, dann gehen wir jetzt... Oh, da ist ein Fragezeichen. Oh, da kommen wir gar nicht hin. Doch, kommen wir. Komm mal in Wallung, Leute. Äh... Ja. Ich gehe mal zum Fragezeichen. So, dann hier hoch. Genau, und dann den Weg entlang. Hier war ich auch noch nicht. Oh. Ach, das ist wieder eine Falle. Okay. Zack. Zack. Die, die, das ist halt scheißegal. Krass. Ja, ist noch richtig. Okay. Oh. Ah, da oben, auf dem Baum. So, gönnt euch. Man sieht jetzt leider gar nicht, wie weit fortgeschritten die Nacht ist, ne? Also, man sieht das nicht durchgehen. Oh, da komme ich gar nicht hin. Aha. Da kommt man nicht hin. Naja, die Frage ist, warum sind denn die Passagen abgeschlossen eigentlich? Ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm... Metroidvania-like. Dass man immer erst gewisse Dinge, äh... Erledigen muss. Oder besorgen muss. Bis man an bestimmten Passagen weiter kann. Hören wir hier lang. Aha. Okay, erstes dritten... Äh, erstes dritten vorbei. Wo kam jetzt hier der Dachs? Aha, vor uns. Oh, ich höre einen Dachs. Und jetzt? Ah, der lässt uns nicht durch. Okay. Ey, vielleicht bringen wir dem Essen oder so und dann lässt er uns durch. Guck mal her. Da ist wieder ein Sack Scheiße. Hier. Hustet euch hoch. Hallo? Hä? Was? Oh! Ich hab, äh, jetzt... Zeug um den Hals. Ah, ich hab Müll irgendwie. Oh. 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 Huch. Ja, ich hab irgendwie jetzt hier die Papiertüte um den Hals bekommen. Scheiße. Oh, was ist jetzt los? Warte, hinten ist ein LKW. Und der lädt hier die Scheiße ab, wa? Von der Fabrik da im Hintergrund. Oh, jetzt können wir da aber vielleicht weiter. Cool. Ja, warte mal. Das ist ja auf dem Fluss. Ja, was mach ich denn jetzt mit der... Mit dem Zeug um den Hals? Wie kriechen das ab? Beim Dachs komm ich nicht weiter. Da war die Mülltüte. Kann das bei jeder Tüte passieren? Oder war das jetzt da quasi... Exklusiv als Event? So, gehen wir mal hier lang. Ja. Da ist ein Strauß mit Beeren. Das könnte man einmal abholen. Ah, hier. Nee, ich versuch das mal dem Dachs zu geben. Falsche Richtung. Hä? Falsche Richtung. Ah, den Weg versperrt der Dachs. Guck mal jetzt an Land. Wir haben nicht ewig Zeit. Hier. Jetzt fressen die das. Oh. Okay. Das lief nicht nach Plan. Also es ist quasi ein Shortcut. Oh, jetzt wird's Tag. Jut, ab ins Nest. Äh, in Bau. Ich glaube, das Thema hier von der Map ist halt die Fabrik. Die, äh, Verschmutzung quasi. Der Natur. Oder? Weil Waldbrand ist ja hier nicht mehr so wirklich. Also, nö, ist nicht. So, ab in Bau wird Tag. Ich meine, wir können auch mal am Tag richtig tryharden. So. Ey, schmeiß so dieses scheiß Froschding raus. Das erinnert euch doch die ganze Zeit daran, dass, äh, naja, ist aber egal. Oh, Welpenfähigkeiten. Spuren. Ach so, ich hab letztes Mal den Knopf gedrückt. Spuren. 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 Handelt das ganze Spiel davon, dass wir den Welpen wieder aufspüren wollen? Weil ich glaub, unten die Station könnten die Level sein. Und in jedem Level muss man dann alle Spuren finden. Wait. Warte mal. Ja, doch. Nee, alles cool. Ja, dann wieder raus. Ähm, und wir gehen Vorsicht vor Feinden. Gut. Sind Uhus oder Eulen Feinde von Füchsen? Oh, hä? Neue Spur? Kommt in Wallung. Bitte zieht an. Something is happening. Beim Dachs. Nee. Ja, mach mal hier. Genau. Sehr gut. Abfahrt, Leute. Sind wir denn hier? Okay, ja. Hier wollte ich ja eh hin. Perfekt. Das ist ein Eimer. No Fishing. Das ist ein Fischer. Oder, ja, einfach Tierfänger, I guess. Und der hat den Welpen vertradet, wa? Da helfen wir im nächsten Level. Könnte sein, dass wir jetzt ins nächste Level eintreten. Hier ist eine Angel. Da ist eine Hütte. Da wohnt er doch. Da geht er auch rum. Ich seh's doch. Was heißt das jetzt? So, alle hoch. Nee, Bullen. Genau. Alle mir nach. Da ist die Hütte. Hier ist der Koffer. Der hat den irgendwie betrogen. Aber oben auf dem Rücken hat er ja... Also hier ist was passiert zwischen denen. Die haben irgendwie... Weiß nicht, ob die gehandelt haben, oder... Auf jeden Fall war unser Welpe immer mit dabei. Oh, ist das hier eine Falle? Ja, aber ich brauche ja zehn Jahre zurück zum Bau. Jetzt oder... Oh. Ähm. Hier hoch? Ich... Also, ja, das ist halt wirklich ein Problem, ne? Ich brauche übel lange zurück zum Bau. Oder nicht? Komme ich hier hoch? Oh, was ist das? Was ist das? Hä? Was ist das? Hm. Ich kann ja nichts machen. Hm. Okay. Ja, aber also, was passiert denn, wenn jetzt hier Tag wird? Ich brauche hier ewig zurück, oder nicht? Da habe ich jetzt hier irgendwie einen neuen Bau. Das ist jetzt in der Richtung. Aber hier wollte ich gerne mal hin. Guck mal, hier kann man runter. Bin ich denn jetzt? Okay, unten ist einfach eine Insel quasi. Oh, ich dachte, da wäre ein Fisch. Weil da so ein... Da ist ein Fisch. Oh, shit. Zack. Ja, wow. Sackgasse? Frech. Kommt in Wallung. Könnt ihr nicht schwimmen, oder was? Oh Gott. Ihr müsst noch ein bisschen paddeln. Es wird Tag. Sieht der uns hier? Ah, hier kann ich hochspringen? Ich kann hier nicht springen. Krass, jetzt ist Tag und jetzt geht der hier komplett rum. Oder wie? Wir haben ein richtiges Problem jetzt, glaube ich. So, das legen wir einmal ab. Oh, dann rennen sie. Wissen Sie, ich sag ja, Speedrun. Hä? Das Vieh rennt hinter mir her? Wo ist der Dude? Scheiße. Da ist er so. Aber er sieht uns nicht, ne? So, schnappt's euch. Wo müssen wir lang? Okay, noch ein bisschen weiter geradeaus. Fresst euch mal voll. Ja. Äh, hier haben wir ja aber alle drei abgeschlossen. Oh, da ist jetzt ein Angler. Ei, 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 ei. Scheiße. Der hört krasse Mucke. So. Ja, aber ist doch jetzt legit voll das Problem, oder? Wenn jetzt Tag wird, haben wir dann verloren? Oder wie ist das denn? Die sind halt übel langsam. Das ist das Problem. Ohne die wäre kein Problem. Ah, der ist ja immer noch im Weg. Ja, also was, was ist jetzt der Nachteil? Wenn's Tag ist. Können wir nicht einfach... Ich mein, die sagen einem ja, Kehr zum Unterschlupf zurück. Aber ich denke mir... Why? Warum sollte ich? Aber vielleicht sollte ich's auch nicht provozieren. Hm. Ja, ich provoziere's nicht, glaub ich. Komm, wir gehen mal wieder rein. Ich trau mich halt nicht zu weit vorzurennen, irgendwie. Weil ich dann Angst hab, dass ich die dann wieder neu einsammeln muss, oder so. Okay. Jetzt nochmal Spuren. Da hab ich jetzt alle drei, ne? Ja, okay. Unten auf der Insel. Gut. Du kannst keinen Kampf gewinnen, wenn du verletzt bist. Ah, okay. Also man kann auch richtig kämpfen. Können wir theoretisch nach links? Aber nee, wir wollen ja Dings unseren Welpen finden. Kevin. Nimm mal Kevin. Wollen wir Kevin finden. So, dann gehen wir jetzt aber hier nochmal lang, weil hier haben wir noch nicht alles, ähm, erforscht. So. Und in die Bude kann man da nicht mal rein? Vielleicht gibt's da was Nützliches. Ja, aber ich glaub nicht. So, wir holen uns hier erstmal eine Ladung Fressen ab. Schöne Rotation. So, bitte. Und jetzt... Ja, schön mit den Bären. So, und jetzt... Ach, rechts. Ja, hier waren wir noch nie. Abfahrt. Oh. Zack. Care Corp. For better tomorrow. Ja, merkt man. Ah, okay. Hier wäre eine Sackgasse. Machen wir aber mal. Vielleicht finden wir da irgendwas. Das Ding ist, ich kann ja auch nicht ohne die rausgehen. Inzwischen. Die kommen jetzt immer mit. Das heißt, man kann es auch nicht mal alleine irgendwie kurz mal irgendwo lang rushen. Achso. Gönnt euch. So. Okay, hier ist einfach auch nochmal Nahrung. Okay. Ähm, ja. Leider nicht ganz voll. Ich glaube, ich hab das Gefühl, wenn die voll sind, sind die irgendwie gebufft. Vielleicht rennen die dann schneller. Ich renne mal vor, soweit ich kann. Ich glaub, es geht... Ich weiß nicht. Geht das? Ja, anscheinend. Ist ja kein Problem. So, ich geh nochmal zur Insel. Weil... Ne, ich geh nicht zur Insel. Ich geh da jetzt mal in den Osten. Wait. Nein, 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 nein. Hier lang. Oha. Richtig gepackt. Aber war doch gut. So. So. Das ist ne Falle. Was ist das für ein Radio? Hier, lecker, lecker. Ah, da ist ein Fisch. Äh, Angler. Sehr, sehr Angler. Aber da kann ich gar nicht hin, ne? Ne. Ruhe, das ist Lärmbelästigung. Wer klimpert denn hier? Oder am Lagerfeuer? Das ist das Fragezeichen. Oder? 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 Oha, oha. So, was machen wir jetzt? Das ist jetzt die Frage, ne? Wir können ja nach links nochmal lang. Ich meine, die Wege sind ja alle versperrt. Wir haben gesehen, dass da Müll abgeladen wurde. Aber ich glaube, es war einfach nur so, dass im Hintergrund was abging. Hm. Ich meine, eben sind wir einfach eines Tages aufgestanden und wir hatten eine neue Spur. Vielleicht muss man einfach so ein paar Tage überleben. Dass dann quasi einfach Events getriggert werden. Okay. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal nach Westen. Ja. Ich glaube, wenn die... Ach krass, wenn ich Bälle geben, die Gas. Ah, hier kann ich mich jetzt auf einmal durchbuddeln. Ja, heftig. Okay. Und jetzt? Also wenn ich hier... Krass. Ganz neues Level. Ah, da oben. Ist da eine Ente gewesen oder so? Ein Hase. Hä? Dicker, was? Da stand A an ihm dran und er hopst in den Busch, weil da man mit A reinhopst. Scheiße. Okay, aber hier ist ja auch ein komplett neuer Bereich noch. Okay. Also ich dachte schon, wir wären jetzt relativ durch. Aber man kann ja da nach oben komplett. Dann kann man hier nach unten links. So, wieder durch. Schön durch. Ehre. Ehre. Okay. Und Penn. So, das heißt, wir könnten, genau, im Westen noch alles erforschen. Aber da muss auch was passieren. Weil ich weiß jetzt auch nicht so genau, ne, was jetzt... Also ich könnte nochmal zu dieser Fischerinsel. Aber da wäre so bei mir die Frage, was muss ich da... Also das Problem ist einfach, dass die Kiddies immer dabei sind, ne? Kann man nicht so mal was Riskiges machen, gefühlt. So. Jetzt ist da der Dachs. Ja, dann können wir theoretisch... Na gut, da wo der Dachs war, war ja nichts. Okay, also der Dachs verändert seine Position. Und dadurch haben wir einfach immer... Auf manchen Wegen einfach kommen wir dann nicht lang. Okay. Wir gehen nochmal hier lang. Wir gehen jetzt mal Richtung Wald. Ah, jetzt flitzen die, siehst du? Äh, dann kann man hier nochmal nach rechts und links. Okay. Oh, hier ist richtig Smog. Öh. Scheiße. Oh, da sind Dudes. Was machen die? Wo bin ich? Nee, die suchen was. Oder in den Proben oder so. Da hinten ist die Fischerinsel. Oh. Sind wir hier langgekommen beim Waldbrand? Nee, ne? Ah, geil, wieder... Ah, das war übrigens einfach ab, ne? Am nächsten Morgen. True. Ja, es neckt euch mal voll. Wir haben ein bisschen Nahrungsprobleme, ne? Aber so, so ein Sack hier ist ja wirklich ideal. Da kann man sich ja... Okay, ich glaube, man darf nicht zu viel nehmen oder so. Kann man das sagen? Was ist das? Das ist halt wieder sowas, wo... Ähnlich wie bei der Fischerinsel. Ich weiß nicht, was das ist. Also, ich kann halt nix drücken. Vielleicht muss man dafür erst was lernen oder so? Kann das sein? Ah! Wie hab ich das gemacht? Mit... Mit x. Krass. Ja, dann. Geh mal wieder zurück. Okay. Also, ich hab das Gefühl... Ne, es war jetzt häufiger schon. Ich erkunde irgendeinen Weg und dann ist das einfach eine Sackgasse und da gibt's Nahrung. Ich glaube, es geht einfach viel darum, über die Runden zu kommen und so ein bisschen Survival-mäßig einfach die Tage zu überstehen und dann passieren halt Sachen mit der Zeit. You know? So, jetzt gehen wir mal hier lang. Ne, wait. Doch. Hier kamen wir aus dem Wald. Ja. Hier kamen wir aus dem Wald. Also, man muss auch ein bisschen rumrätseln, ne? Was man zu machen hat und was man wohl am besten macht. Ja, hier hat mich fast der Lkw überfahren. Frech. Hier liegt ein toter Hirsch. Den wir jetzt essen können? Ah, ne. Wieder Müllsack. Perfekt. Vielleicht muss ich die auch irgendwie... voll stacken. Ja, wow. Ist ja alle. Vielleicht muss ich auch deren Leben vollkriegen. Und dann leveln die auf oder so. Weißt du? Ich meine, das Spiel sagt einem ja auch Basic nicht, was man machen soll. Ja doch, also schon, ne? Nur jetzt irgendwie... Es gibt jetzt kein großes Ziel. Es geht einfach nur ums Überleben. Nur. Ja, also... Nach Norden können wir nochmal reinschauen. Das ist wirklich die einzige Sache noch. Und ansonsten könnte ich mal versuchen, einen Tag richtig rein zu feeden. Aber ich habe das Gefühl, ja... Das Ding ist, es wechselt ja auch jeden Tag, wo was an Nahrung ist, ne? Gut, man könnte diese Sackgassen abklappern. Da ist ja, glaube ich, immer was, oder? Da würde ich den Gameplan aufstellen. Und dann auch mal rennen und den hier machen. Oh. Da ist ein Fisch. Fischen wir uns an. Zack. Jetzt wird halt schon wieder Tag, ne? Hier ist aber auch Sackgasse. Dann sind doch die Sackgassen wirklich safe. Einfach nur Nahrungs... Gib Gas! Und hier geht's hoch. Äh, hallo? Hier. Esst den Fisch? Ach! Doch, jetzt. Okay. War nur einer. Ich glaube, tagsüber geht die Gesundheit schneller runter. Und das will man halt nicht. Man kämpft ja quasi immer ein bisschen dagegen an. Ne? Muss ich mal mal drauf achten. Soll ich mal einmal drauf achten? Könnte ich. So. Jetzt werden die anscheinend müde. Und jetzt ist Tag. Ja, jetzt geht's schneller runter. Dann ist das echt die Mechanic. Okay. Okay, okay. Gut. Dann versuche ich jetzt wirklich mal einen Tag richtig reinzufiegen. Nutze deine Welpenfähigkeiten wann immer du kannst. Die werden dir helfen zu überleben. Ah! Ja, springen! Ach so! Das war dieses Pfotensymbol auch beim Nest und so. Steuerung. Vergrößern. Spürsinn. Bewegen. Kuscheln. Aufheben. Interagieren. Bellen. Fähigkeit. Oh, guck mal. Jetzt geht's hier wieder los. I told you. Wo ist der Dachs? Huch. Was war das denn? Was war das für ein Geräusch? Das ist jetzt wieder ein Fragezeichen. Hier bin ich, glaube ich, auch nie lang. Oder? Ö? Der Dachs ist in mir. Gefängnis. Aufmachen. Ey, Digger. Oh, da ist eine Eule. Hier bin ich tatsächlich noch nie lang. Ach, die Eule pennt. Okay. Ruhig. Ruhig. Super. So, weiter geht's. Doch, hier waren wir. Oder? Hier ist jetzt offen. Interagier doch. Geht nicht. Doch. Also, es ist doch, wie ich sage. Man muss einfach Tage überleben. Das ist ein richtiger Gauner. Der hat das jetzt aufgemacht. So, ich brauche aber Nahrung. Jetzt sind wir im Firmengelände. Äh, in der Fabrik. Sieht ein bisschen aus wie VW-Stadt. Alter, der schießt hier Sachen kaputt. Die Überwachungskamera, wa? Das ist ein Räuber. Ich brauche Nahrung. Hier gibt es keine Nahrung. Was, wenn wir verhungern? Was soll das sein, ne? So. Ah, der klettert da hoch. Ah, okay. Wir holen uns erstmal die Maus. Weil die ist, glaube ich, schön thick. Hä? Ist die komplett reingehauen? Nee. Geduld. Hier, in dem Drecksladen. Ey, Dicker, das ist doch unlucky. Rennt die gerade random weiter. Ich habe nicht ewig Zeit. Hallo, bleib stehen. Die ist genau hinter mir. Da. Bleib doch stehen. Das ist komplett unlucky. Ich waste gerade so viel Zeit. Wenn ich renne, rennt die weg. Ich musste... Jetzt. Du Arschloch. Ja. So, Leute. Hier. Haut rein. Ja. Jo, das bringt viel. So, jetzt hier lang. Ah, ich glaube, wenn ich so Bälle und die sprinten müssen, dann... Verbrauche ich vielleicht mehr Gesundheit, kann das sein? Bitte. So, jetzt vielleicht nicht zu viel tryen, oder? Na, eh noch. Erfahrungsgemäß mehr als drei gegen nie. Äh. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja wirklich nicht schlimm, wenn das passiert. So, der ist ja hochgeklettert. Kann man da hoch? Nee. Oha. Okay, der ist da reingeklettert. Jetzt kann man hier hoch. Aber wir müssen auch bald zurück. Ich war... Aber ich glaube, wir befinden uns noch im ersten Level. Wo kommen die da hoch? Nee. Okay. Wir müssen reinhauen. Tatsächlich. Aber schon echt krass. Ja, wobei, so weit weg ist es nicht. Es ist genauso weit weg wie die Insel. Also, ne? Man ist halt sehr gebunden an... Also, es sind ein paar coole Mechaniken da. Man ist halt sehr gebunden an seinen Bau. Und durch die Tag-Nacht-Mechanik. Ja. In Kombination mit der Hungerleiste. Und man hat tatsächlich einen sehr simplen Job. Nämlich sein verlorenes Kevin wiederfinden. Und das reicht voll. Also, ne? Ist ja wie Dark Souls. Einem wird nichts... Nichts, äh... Gesagt. So. Oh, hier ist die Eule. Äh, wie schleiche ich? Achso. Oh, wenn Tag wird... Kann es sein, dass die dann zum Beispiel wach ist? Und dass man dann einfach ein Problem hat, weil man die kämpfen... Bekämpfen muss? Der Dachs ist übrigens reingehauen. Oh, hier ist Abfahrt. Jalla. Ich frage mich, ob die noch wachsen. Oder ob die immer so klein bleiben. Aber auf jeden Fall können die Fähigkeiten bekommen. Gut. Okay. Ja, ich glaube, unten diese Bahn... Äh... Von den Spuren, das ist tatsächlich... Dieses erste Level. Ähm... Das muss man wahrscheinlich schaffen. Und dann kommen wir ins nächste. Okay. Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle... Ähm... Beenden wir erstmal das Video. Das war ein erster Eindruck von Endling. Wie gesagt, wenn ihr wollt, schaut in die Videobeschreibung. Ähm... Holt euch die Save Our Planet Edition. Wenn ihr das Spiel eh kaufen wollt. Äh... Dann tut ihr was Gutes. Und ansonsten... Sehen wir uns bei einem nächsten Video. Tschüssi. z sn z z z z z Vielen Dank.